Saschiat, 39 kann es nicht, Fassmeier Lebensgefährte Heiko, 45 ist tot, weil das Killer Pärchen Zerib, 17 und Johnny, 20 aus Zwickau sein Auto wollte, wurde ihn gereerstochen, seine Leiche einen Innenfluss geworfen, bislang wurde sie nicht gefunden, in Bild spricht Saschiat, über das letzte Lebenszeichen eures Freundes und wie wäre es nicht, es ist, mit der Ungewissheit zu leben, dass die Leiche von Heiko Punkt noch nicht geborgen werden konnte.